Zuallererst musst du einen Account beantragen. Das ist ganz einfach. Dafür klickst du hier auf das Anmeldeformular. In das erste Feld gibst du deinen Spielernamen ein, mit dem du in der Meintest-Welt spielen möchtest. Das kann zum Beispiel dein Spitzname sein. Dein Spielername sollte zwischen 3 und 15 Zeichen lang sein und darf keine Umlaute, kein Scharfes, Leerzeichen oder Punkte enthalten. In das zweite Feld gibst du ein Passwort ein, mit dem du dich zum ersten Mal einloggen möchtest. Dieses kannst du später in Meintest ändern. Das Passwort muss zwischen 5 und 16 Zeichen lang sein. Nun musst du nur noch den Nutzungsbedingungen und Regeln der Computerspielschulwelt in Meintest zustimmen. Klicke hier drauf, um mehr über diese zu erfahren. Jetzt klickst du auf den Button Account erstellen und du bist bereit für den nächsten Schritt. Klicke hier drauf, um mehr über diese zu erfahren. Jetzt klickst du auf den Button Account. Dann klickst du auf den Button Account. Klicke hier drauf, um mehr über diese zu erfahren.